Herz bricht während des Schiffsbruchs. Illusion. Kessel. Hexe. Hexe. Küsst. Prinzli. Jetzt sind sie verliebt. Dann geht das Schiff kaputt. Dann küssen sich die zwei halt nochmal. Nein, das Herz bricht. Okay, wir müssen also das Herz brechen. Heißt, das muss am Ende passieren, aber irgendwas muss schiffbruchmäßig davor sein. Irgendwie müssen wir sie jetzt noch umwandeln. Heißt, die lieben sich? Die bewandelt sich in eine Hexe? Dann wird sie zum Frosch. Das ist auch vielleicht keine so schlechte Idee. Warte mal. Tada!